Sie haben keine Nachrichten in Ihrer Mailbox. Ihre Mailbox ist zurzeit deaktiviert und nimmt deshalb keine Anrufe entgegen. Hauptmenü zum Abhören Ihrer Nachrichten 1 drücken. Um Ihre Mailbox-Einstellungen zu ändern 2 drücken. E-Mails abhören 3 drücken. Zurück in das Hauptmenü mit Sternen. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Zum Einstellen des Nachrichtenmanagers 5 drücken. Für Benachrichtigungsoptionen bei verpassten Anrufen 6 drücken. Zum Aktivieren oder Deaktivieren Ihrer Mailbox drücken Sie 7. Zum Beenden Sternen. Guten Tag. Hier sind Sie richtig, wenn es um eine technische Störung geht. Um Ihnen den bestmöglichen Service bieten zu können, ist es notwendig, dass Sie sich jetzt anmelden. Das habe ich jetzt leider nicht ganz verstanden. Bitte melden Sie sich mit Ihrer Kundennummer oder einer Telefonnummer an. Sie können die Nummer sagen. Sie können Sie sich leider nicht erfolgreich anmelden. Versuchen wir es später noch einmal. Wie kann ich Ihnen... Das habe ich jetzt... Tut mir leid. Das habe ich wieder nicht ganz verstanden. Tut mir leid. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich verbinde Sie nun mit einem Kundenbetreuer. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Zur Verbesserung unserer Servicequalität zeichnen wir einzelne Gespräche auf. Wenn Sie damit einverstanden... In Ordnung. Ihr Gespräch wird nicht aufgezeichnet. Aufgrund des Microsoft Update KB 9, 5, 1, 7, 4, 8 in Verbindung mit der Firewall, Sonalarm, kann es zu Problemen bei der Internetverbindung kommen. Wir empfehlen Ihnen bis zur Behebung des Problems durch Sonalarm, die Anstellung Internetzone, auf dem Reiter, Firewall, innerhalb von Sonalarm, auf Mittel zu stellen.